herzlich willkommen zu meinem video in diesem video aus meiner reihe fotografieren mit dem smartphone erfährst du wie man sich unter windows 10 die in den fotos gespeicherten chip ist ortsdaten anzeigen lassen kann du weißt wir haben in einem anderen video schon mal uns angeschaut wie man wenn man ein smartphone hat wie man die gps ortsdaten standarddaten aktivieren kann wir haben uns das mit android angeschaut mit diversen apps und auch unter ios und jetzt schauen wir uns dann ein foto an dass wir auf unserem windows 10 rechner runtergeladen haben und lassen uns da was anzeigen ja erst will man mal dementsprechende fotos im windows explorer aus ich habe es also vorher heruntergeladen vielleicht dass das der cloud zum beispiel oder auch zum smartphone auf andere art und weise dann über über spielt will das foto dann aus rechte maustaste es geht also das kontextmenü auf und geht dann zum punkt öffnen mit und da will ich mir dann den eintrag fotos aus das heißt die app bei der ich mir das unter windows anzeigen lassen lassen kann ist die app fotos will jetzt aus mit der linken maustaste und dann geht dieses foto wird dann geöffnet in dieser fotos app von windows 10 und da gehe ich dann wieder zu diesen drei punkten hier rauf und will man dann datei info aus und wenn ich das dann gemacht habe bekomme ich dementsprechend dann diverse angaben angezeigt zu also der infos wie sie auch der name sagt zu meinem foto und ich dann ganz nach unten scrolle habe ich dann hier auch die einblendung einer karte dann kann man sehen dass ich das hier zum beispiel dann in der schönen österreichischen oberösterreichischen stadt wels aufgenommen habe möchte weiter auf karte öffnen gehen würde und das bei mir aktiviert ist kann ich mir dann noch weitere infos dann zu dem ort dann auch anzeigen lassen das heißt man jemand anderes foto zukommen lässt per mail oder wie auch immer und das sind die ortsdaten drin gespeichert also andere hat dann diese gps daten aktiviert kann ich dann auch nachvollziehen wo dieses foto gemacht wurde und vielleicht auch dann selber dementsprechend dann auch wenn ich diese stadt dann besuche auch diesen ort mir dann selber dann anzeigen kann heute hingehen dann kann man da anschauen wie schön es dort wirklich ist und ob das foto dann der realität entspricht ja zum schluss wie angekündigt dann auch schon eine kleine aufgabe um das was man gemacht hat dann auch noch mal üben zu können zuerst geht einmal darum in deinem smartphone geotagging dann zu aktivieren dann geht es darum dass du das foto das du gemacht hast mit dem geotagging nicht vergessen auch dann geotagging in der app zu aktivieren schauen wir ein bisschen gegen videos in der playlist an sucht du eins aus was zu deinem smartphone passt sein betrieb sind passt also entweder entweder oder irs aktiviert das macht einen foto mit einer app aktiviert sind ist deine app das doch du wirklich zugreifen darfst auf diese gps daten dann schau dass du dieses foto bekommst schick ist dir vielleicht per e mail oder wie auch immer über den smartphone platz herunter und über windows explorer und app eben fotos lasst dir mal diese gt foto dass du mit einem smartphone aufgenommen hast ja danke für deine aufmerksamkeit und wir sehen uns sicher wieder beim nächsten video bei einem der nächsten videos aus der reihe fotografieren mit dem smartphone bis zum nächsten mal so Untertitelung des ZDF, 2020